Ich muss die manchmal so ein bisschen bremsen in ihrem Elan, weil ich weiß nicht, dass eine scharfe Zähne hat und da sieht meine Hand dann manchmal so aus. Die meint das nicht böse, das ist einfach wie wenn ein Grobmotoriker aus Versehen jemandem zu hart die Hand gibt und der Person tut es dann eine Stunde weh. Jetzt hat sie gemerkt, ich muss aufpassen und hat kurz mal ein bisschen so an meine Hand genagt, aber hat es dann direkt wieder gelassen.